Musik 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 Na f*** doch Issy schätzt ihr einzige Bier noch 1000 Kamer Nice Ich seh dich nicht Was ist mit dem Da ist Ruben Und Jonas Was ist Laufen hintereinander Oh Gott Ich bin Detektiv Nicht auf mich Wer ist Detektiv Wir töten jetzt einfach mal Ich schließe jetzt vor Juli seine Füße Was habt ihr hier beide mit Reifen Juli Ich schieße vor deinen Füßen Ich bekleckte Juli ich schieße vor deinen Füßen Nicht töten Juli ich habe vor deine Füße geschossen Weiß ich nicht Thomas und ich habe neben deinem Gesicht geschossen Oh wie schön Ich weiß Du fühl dich nicht verfolgen Nein Nein Oh Junge Ich komme jetzt zu euch Achtung Alter Ach so heiligeschön Ich habe die One-Shot-Waffe Wie komme ich runter mit dem Leben Übrigens ich habe mich wundern die Vögel bei mir zu Hause stehen Ich habe sogar vor dir Ich habe die One-Shot-Waffe Ich habe die One-Shot-Waffe Ich habe die Detektiv getötet Und wir haben die One-Shot-Waffe Ach so heilig Ach Nee Du bist Detektiv Ich bin untergekommen ohne Hilfe Aua Aua Will wir sterben? Feuer Aua Ich kann ja auch in die Anderen Was? Justin, Justin, warum verfolgte mich eigentlich Sieh, äh Was denn? Ich bleibe bei dir Ich bleibe bei dir Es ist sehr verdächtig Ich bin jetzt in Tradershop Jonas Jonas Geh weg Guck mal das kann ich nicht machen im Trader Hallo Also ich hätte gerade den Trader töten können Aber ich habe es nicht gemacht Bin ich jetzt lieb Ich bewege mich jetzt durchgehen mit der Maus Dann kann von mir dann sehe ich es mal nicht mehr Aber ich hätte nicht mehr Weil du selber eine Bisch Weil du selber eine Bisch Ja, hallo Weil du so schießt mich Ich bin eine Lüftung schafft Wer ist dahinter Ich habe Jonas Wussten, Justin, Warte Kommit ich zeig dir was Deck im Lüftung schafft Wer ist Nichts auch nicht geschockt, ne? Weiß schon Ich hätte nur gucken, ob das nicht schnell zu sein Langsam Alles klar Da hinten war auch noch die Niederschkechessen Okay, Juli Da war ich nicht gesehen, dass du gefossen hast Juli Juli, dreh dich um Dreh dich um Okay, okay Ja, ja Alter Ja Er schreck mich nicht zu, okay Dreh dich, okay Warte, ähm, ich nehme dich nicht an Schau mich nicht an Schau mich nicht an Schau mich nicht an Weh, du schaust mich jetzt an, Alter Weh, du schaust mich jetzt an Oh, das bin ich Ich scheiße auf dieses Leben Warte Was war das? Wer war das? Wer war das? Wer war das? Wer war das? Hey, wo? Da ist ne Insta-Terminal, die hat immer ne Insta-Terminal auf mich geworfen Wer ist da oben? Wer ist da oben? Wer ist da oben? Hier ist du ne Insta-Terminal? Ja, ich hab eine geworfen Es hat hier irgendjemand grad Das war davor Ne Insta-Terminal auf mich geworfen Nee, nee, ich Ich lasse aus Ja Ja, warum? Warte, Justin Warte, wer war das? Justin Warte, warte, warte Issy Issy Zwei, zwei Soll ich einen töten jetzt? Nein Ich will nicht da Nein Ja, wenn dann Issy Wer war das? Aua Wer war das? Wer war das? Ich bin live Ja, er warte später Ich bin Scheiße Okay, warte Warte Ich bin warte Ihr kommt so schlecht Ich bin und Amla Habt ihr meinen wunderschönen Tod gesehen? Wer warte denn? Wer war denn? Das war einfach so geil, weil die einen Fall an den anderen zu untersuchen und er fängt von hinten an zu bannen und ich gebe mir einfach instant Hit-Shot Und ich spring von den Autocard-Bahn Und statt ich der Verhetz aufgeben, Alter Autocard-Bahn. Ja, ich bin da runtergesprungen, wo das Polizei-Auto ist. Wer es eigentlich so behindert, macht es ins Zimmer so, wie das hier ist. Ich. Ich. Echt? Mit einer Kartbahn übers Auto, wenn ich die aufbaue, wenn ich meine aufbaue, dann lasse ich die einfach aufgebaut und dann habe ich keinen Bock, neben Autos zu schlafen. Keine Ahnung. Also ich habe auch ganz, äh, also neben echten Autos. Die sind ganz tolle Autos. Ganz, ganz, ganz tolle. Ganz, ganz, ganz. Das ist unrealistisch, normalerweise ist es die Kartbahn mit Ferrari. Hier ist es so. Klump Autos. Ich habe keine. Wer hat hier eine Incentory hingeworfen? Die Runde geht doch noch gar nicht los. Aua, Uben! Ich bin Treiter. Ich bin Treiter. Ich bin Treiter. Ich bin Detektiv. Am letzten schon wieder ist auf, Karl. Hallo, Juli. Ich bin Treiter. Ja. Ich bin ja nicht Treiter. Thomas, du machst du ständig ganz still. Okay, bewegt mich jetzt. Ja. Ach Gott, bist du dumm. Warte, ich untersuche. Ich untersuche. Ich untersuche. Gott, bist du dumm. Oh Mann. Darf ich den Typen, der auf Ka ist, töten? Ja, okay. Am Lift. Wer ist das? Ich mache, ich mache, ich mache. Okay, er ist nicht mehr. Er ist nicht mehr. Ja, ja, ja. Jetzt. Warte, Jonas ist da. Ja, okay. Jonas ist da. Ja, ich habe Untersuchung. Ich bin Batman. Hat ich sie untersucht? Okay, weil Inos sind scheiße. Komm hinter. Jabak, schau hinter dich. Ich bin Batman. Ich wollte dich ja eigentlich töten. Achso. Okay. Okay, 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 okay. Ruben? Ja? Mo, Ruben, das mit Waffen hinwerfen, das war letztes Mal schon so. Oh! Wenn ich sterbe, ist es Easy oder Amlev. Wie kann man schaffen werfen? Oder beide, weißt du? Oder beide. Ah. Ah. Ja. 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 Am Lev, am Lev, Easy. Justin. Bad luck. Scheiße, ich bin dezekt. Was mache ich jetzt? Ich bin dezekt, das war das. Alter. Ja. Justin, Justin. Lass ich mit mir. Und wer ist da oben? Am Lev. Komm mal runter, komm mal runter. Ja, oder Ruben, Ruben, komm her. Bleib doch, jetzt bleiben, die Restlinien bleiben oben. Die Restlinien bleiben oben. Soll ich wieder hoch gehen, oder was? Ja, Ruben auch, Ruben auch. Ja, Ruben geht auch wieder hoch. Hä, wieso? So, ihr zwei, wie kriegt euch jetzt? Irgendwer ist gerade verwendet. Wie kriegt euch? Okay, was war er? Okay, was war er? Ja, aber ich bin Traitor. Was war er? Was war er? Nicht töten, bitte. Er war Traitor? Jawohl. Okay. Aber wer ist es jetzt? Wer ist es jetzt? Okay, scheiße. Ich denke, es ist sie da. Jetzt ist die Frage. Ja, ich bin's. Töte mich, töte mich. Los, los, töte mich. Izzy. Warte, 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 warte. Ich bin Thomas. Ich wollte gerade den Vorschlag machen, das Kämpfen nicht. Ich bin ein Mal von. Julia, hab ich mich schon bewegt? Izzy, wenn ich du gewesen wäre. Habe ich mich schon bewegt? Was? Was hast du? Wenn ich du jetzt gewesen wäre, dann wäre ich sie besser. Ich wäre auf die andere Seite gegangen. Okay, sonst brauche ich jetzt nicht mehr. Wenn ich weggesniped, dann hätte ich noch irgendwie... Ich kann nicht snipen, das war die einzige Methode, die ich machen hätte können. Ja. Jonas. Jonas, das war halt scheiße, dass ich dich ausgesucht habe, gell? Vor allem Justin, dann eiskalt. Jetzt bekriegt ihr euch. Und dann Jonas so, hä, wie? Und dann pumpt. So, das heißt, ähm, Leute... Habe ich schon gesehen. Ah, Wilfried will... Grab the bad luck. Wilfried will... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist alles gut. Das ist mein Traitor-Kollegen. Ich bin Traitor. Ich bin Traitor. Okay, komm, wir bleiben stehen und gehen mit dem Headshot in eine wiederkehle. Tritor... Ruben... ...hat mich getötet. Oh nein! Oh nein, oh nein, jetzt bin ich schon tot. Ah, ich lebe wieder. Du bist so ein Mongo. Ich bin innocent. Ich bin innocent. Du musst meinen, was? Ja, jetzt passt. Wer ist da? Ruben! 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 Ruben ist hier. Ruben! Okay, okay, Ruben geht hoch. Ruben geht hoch. Ja, wir werden sniper. Okay. Er versteckt sich hinter der Zigarettenpackung oder was das sein soll. Versteckt er sich da? Übrigens Bücher. Lol, ich wurde angeschlossen. Ja, ich... Lol, wer schießt? Ja, warum schießt du mich denn an, du dummer? Thomas! Warum schießt du? Hab ich überhaupt getroffen, Lena? Doch, natürlich hast du mich getroffen. Ich hab gar kein Leben mehr. Du, ich kann doch nicht mal, äh, Slipern. Wo seid ihr hin? Warte, hier ist Jonas. Wo ist der, wo ist Justin? Okay, hier ist der Detective. Der hier ist der Detective, okay Gott. Warte, warte, Thomas ist tot. Ist sie tot? Keine Ahnung. Mit C. Warte, ist Thomas tot? Warte! Euer Ernst! Okay. Hey, wer war's jetzt? Wer war's? Ich und Ruben. Ich hab's gewusst. Ich hab hier doch, äh, kein Asylgebenson. Ah, irgendwann hab's... Es war so gemein. Wenn einer Trader ist, schießt er sofort. Es war blöd, dass einer andere stirbt, aber das ist so halt die... Das ist so der Tier. Ja. Du schützt mich einfach. Ja, ich dachte du wärst... 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 Okay. Okay, eine Runde noch. Eine Runde noch. In dem Moment hab ich grad den einen Typen, Jabak, genau neben dir weggesnipet. Das ist so... Ich bin runtergeflogen. Ich bin Traitor. Wer hat's gesagt, ja? Ah, wer schießt! Ich bin Traitor, hallo. Äh, was? Ich bin Traitor. Hallo, ich bin Traitor. Guck, ich bin Traitor, ich bin Traitor, ich bin Traitor. Warum? Warum sagt ihr, dass der Traitor ist? Ich bin Traitor. Was? Wat? Also wer ist jetzt tot? Justin. Das sind zwei, Jonas. Wo? Ah, lol. Hä? Confirm mal bitte. Wie geht das? Äh, mit E. Auf die Leiche. Gott, nicht mehr. Ich wette mit euch, der Jonas hat bestimmt den Traitor-Kollegen getötet. Ich kann nicht mehr. Da war's, wie du bist. Wat? Wer lebt? Wir sind tot. Wer lebt denn noch? Was? Deck, Black und Giga. Aber wieso funktioniert das genau nicht? Ah, jetzt nicht. Und wer war von euch noch Traitor? Traitor-Kollegen, belebt mich. Wat? Ich hab keine Punkte mehr. Bei wen sind da wieder Hintergrundburschen? Ich sie. F-Bahn. Ich hab nix dafür. Justin war Traitor. Was ist das? Ich hab doch gesagt, ich bin Traitor. Warum sagst du das? Keine Ahnung. Was war das? Scheiße, Ruben. Ruben, warum hast du doch auf mich geschossen? Hä? Was, hä? Leute, wo war der? Ich wollte gerade mein Traitor-Kollegen wiederholen. So. Ich wollte auf jeden Fall erstmal sagen, das war's hier für die Runde. Und dann sehen wir uns ja gleich direkt wieder. Und ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ich...